Ah ok, neuer Part. Let's play, let's face. Ich hätte jetzt auch schon vorher, ich bin ja gerade als letztes gestorben, weil ich mich verplant habe und ein Spiel brauchen für, weil ich nicht so wirklich weiß, was ich machen soll. Also, ich glaube, dass er das Geschützte und seine Beine müssen eigentlich auch komplett. So, ist da jetzt irgendwo was? Na, wenn ich auch vielleicht dahinter rennen kann? Ja, das ist so wie, ähm, als wir mal da draußen bei den Asteroiden waren. Wo bestimmt sind. Oh, ok, ja. Jetzt fährt sich einfach mal durch die Säule. Kein Ding. Ähm, was ist jetzt? Ja, ich glaube, ich kann noch mal trennen. Ähm. Ja, ok, da hätte man jetzt wahrscheinlich die Säule hochbrennen sollen. Inventar voll. Inventar voll. Inventar voll. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen zu dem viel Zeug hier, wenn mein Inventar voll ist. Ja, ok. So. Oh, kann ich vielleicht noch welche Waffen nochmal nachladen? Das ist vielleicht ein neuer Spotlight. Der Waffen kann ich da auch nochmal nachladen. Der ist sogar... Oh, ok. Puppeln wir weiter hier durch? So, jetzt sind die Idioten. Okay. Hey. Gibt es hier irgendwas? Ich weiß es hier. Ich weiß es nicht. Wo... Wo sagt... Wem ist es? Da. Die andere Seite. Hier. Hä? Okay. Von da kam ich doch was... Was willst du? Nach oben. Ähm. Okay. Ich war gerade... Oh, das... Ähm. Ich mag es nicht hier. Ich bin da einfach stumpf reingerannt. Und... Das finde ich total blöd. Ich denke... Das ist schade. Ich muss eigentlich nochmal gucken wie ich... Ähm. Aufzufasern. Hier stehe ich also wieder. Es wird so rum. Und jetzt... Gucke ich mal was B mir anzeigt. Also das zeigt Dala. Da ist aber überall das Feuer. Ja. Ey. Was... Was soll ich denn machen? Mann. Da ist doch... Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich kann voll schieben. Ich kann sich mal aufschordern. Da ist... Da ist nur der Aufzug. Da ist... Ähm. Das kann ich auch noch... Ein ganzes Stück lang links schieben. Aber das ist ja auch nicht. Da... Ist dann hier... Er ist... Ähm. Ja, ich... Ich hab keine Ahnung Idee als... Hier stunden. Ein zu trennen. Ich hab keine Ahnung. 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 Ja. So. Äh. Oh. Der... Wenn der zu nahe daran läuft, dann... Ist der direkt gebrutzelt? Aha. Okay. Also... Wenn mir nicht mal ein einfällt. Was ich hier machen soll, dann... Lass ich es stecken. Weil da runter... Also... Der hat einfach durch... Den... Also... Ich hier mal durchgucke. Aber... Wo... Sohle zeigt... Das denn? Ey... Warum... Warum ist er doch irgendwie sicher durchgekommen? Das geht's doch nicht. Das geht's doch nicht. Tätig sind... Tch. Ich seh hier... Ich seh hier nichts was... Was ich irgendwie... Vor dem... Feuer schützen kann. Das geht's doch nicht. Ich... Ich... Irgendwas... Oder irgendwo ein... Weg auf dem ich sichern will. Er zeigt hier mir die... Die... Die Mitte stumpf an. Durch die Mitte rein. Toll... Das kann ich machen. Aber das bringt mich nicht weiter. Das... Radioaktiv. Und... Ich... Ich... Da unten... Ich... 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 Oh... Das stecken! Oh... Genau! Ich... Ich... Ja... Was? Oh... Das stecken ist ja völlig... Ah! Ich verstehe! Ich... Ich... So... Jetzt... Ich... Ich... ich an die dinge langzuhalten soll was soll das denn vor allem was was bringt es wenn ich die kaputt schieße ja dann wird das am ende wenn ich alles zerschossen habe wird das auch zu brennen aber wir werden ja auch weiter hinten noch welche sein und da komme ich ja nicht hin weil da keine Hände mehr sind so und jetzt da wollte ich hier sprohen doch da war ich jetzt hier noch mal ein Kopf so ja das eine ist erledigt ja und das das hat mir jetzt in wiefern geholfen auf der anderen Seite will auch ein klein naja gucken wir mal wird er herankommen oh das Ding ist mir nicht mehr weiter hinten so nein ist so oh oh ja schön das ist lustig ich verstehe schon oh ja wie soll ich denn auf die da hinten schießen das ist da ist da sind keine Händnisse dazwischen ey hey was ist denn der ist so lustig wenn ich mich noch nenne da haut drauf wer denkt sich denn genau wer denkt sich denn so einen scheiß aus was soll ich denn hier bitte schön machen der ist so ich soll doch diese Dinger umfallen damit das Feuer ausgeht so viel ist klar aber wie soll denn die dann kommt das ist einfach nur ein freier Weg hier da komm ich nicht hin und ich muss ja auch jetzt wenn das Ziel dann schießen dann das kann man nicht so schnell nicht machen zurück sein und jetzt wenn ich so schnell erziele das ich nicht mehr ja das ich gebe das nicht auch ja das ja das ich habe auch eine ich habe auch eine